Viele Neuwagen haben eine Einparkhilfe bereits eingebaut. Aber auch in älteren Autos müssen sie auf diesen Luxus nicht verzichten. Die Einparkhilfe von Lescars hilft Ihnen dabei, selbst in die engste Parklücke sicher einzuparken. Herzstück des Systems sind vier hochempfindliche Sensoren, die Hindernisse innerhalb eines Bereichs von 1,50 Meter erkennen. Die Sensoren werden an der Rückseite Ihres Wagens angebracht. Im Paket ist ein passender Lochsägenaufsatz für die Bohrmaschine enthalten, mit dem Sie problemlos die entsprechenden Löcher in die Stoßstange bohren können. Das Rückfahrsystem schließen Sie direkt an das Rückfahrlicht an, sodass es sich aktiviert, sobald Sie den Rückwärtsgang einlegen. Die kleine Gerätebox findet diskret im Kofferraum Platz. Nach der schnellen Montage ist Ihr neues Rückfahrsystem einsatzbereit. Von nun an warnt Sie ein optisches Signal sowie eine Digitalanzeige im Fahrercockpit vor Hindernissen beim Rückwärts-Einparken. Günstiger und einfacher kommen Sie nicht an eine Einparkhilfe als mit dem System von Lescars. So können Sie sich jederzeit befreit im Stadtverkehr bewegen und die kleinste Einparkmöglichkeit nutzen. Also, probieren Sie es aus! Funktioniert!